Hallo Leute! Herzlich Willkommen auf dem Kanal Sanobili. Wir hier sehen uns in den nächsten Video. Neues Video. Hier nehme ich das 90, glaube ich Vote 96. Ich weiß nicht ob man es so nennt. Keine Ahnung. Ich gehe auch erstmal kurz hier in den Optionen rein und gucke ob hier alles richtig ist. Ja, aber ist alles richtig. Perfekt. Dann würde ich sagen, drücken wir mal aufs neues Spiel. Und hören einfach mal der Stimme zu. Es ist kein anderer hier. Ich reise einfach. Ja, das ist wirklich traurig. So, nächste Frage. Wenn ihr reist, folgt ihr das Itinerary oder seid ihr mehr spontan? Ähm, wenn ich reise, ist es, glaube ich, eher nach Plan, ne? Leute, schreibt auch gerne mal in den Kommentaren, wie ihr reist. Also, macht ihr es spontan oder reist wirklich nach Plan. Bei uns ist es tatsächlich eher nach Plan. Gut zu wissen. Gut zu wissen. Und was über Politik? Was würdest du machen, wenn du nicht mit unserem Land verabschiedst? Was würdest du machen, wenn du nicht mit unserem Land verabschiedst? Wenn du nicht mit unserem Land verabschiedst? Ähm, das hier. Okay. 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 Ich denke, es ist Zeit für dich, um den Weg zu treffen. Ich hoffe, du bist bereit. Ja, ich bin auf jeden Fall ready. Geiles Spiel. Also, vom Anfang her ist es jetzt auf jeden Fall schon... Ja. Es ist schon nice auf jeden Fall. Es ist anscheinend Juni der 11. Karten werden geladen. Okay. Nices Spiel. Nices Spiel. Nices Spiel. Drück ein in die Bibliothek. Ich komme mit. 21. Juni, 1996. Ich bin hier an unserer Nation's border, unter National Mountain, der Sight of the Black Brigade Terrorist attack in 86. Wenn du nicht erinnerst... Hundreds died that day, wenn ein Brigade truck carrying explosive devices crashed into the mountain, Triggering its peak to collapse. In 2 Monate, auf den gleichen Tag der Nation's election, in dem gleichen Ort, wo ich stand, die 10-jährige Commemoration honors the victims. Stand in back! Give us all your darn money! Bitch! Yeah! All your darn money! Robbery in progress. All cards in here. You respond immediately. Unit 2 here. On my way. Over. President Tyrak, the man who broke the border wall behind me, protecting our nation, will be there. Protecting our nation? Ha! This event promises to be a solemn moment. And a time to celebrate the announcement of our next president. Ugh. Total BS. Of course, I'll be there live, giving you the real story, how it unfolds. This has been GNN's Sonia Sanchez, reporting live. Vote 96. 1697 Kilometer, zur Grenze. Pracete rufen, mal anrufen, die du findest. Vielleicht kannst du auf dieser Weise eigene Geheimnisse aufdecken. Okay. Sehr geiles Spiel. Vom Anfang her. Könnte sein, dass es manchmal ein bisschen lag. Ich habe jetzt keine Ahnung, was hier alles so passiert eben. Es lädt einfach. Ich soll wieder eine bliebe. Paske drücken. Okay. Police Academy. Academy. Okay, jetzt ist das Spiel einfach stehen geblieben. Ah. Okay. Okay. After all, ist eine Demokratie. Okay. Im Moment kann ich gar nichts tun. Einfach... fahren. Tue ich. Die ganze Zeit nur fahren. Es war das. Ah. Ein Auto von Pétria Motors. Pétria Motors. Eine starke Nation brauchen. Okay. Schnellfahren. Oh wow. Ah. Oh, das ist ja, das ist nicht so. Ich fühle mich nicht an. Oh. Guten Tag. Roll down your window. Any idea how fast you are going? I'm going to need your license and registration. Natürlich. Kid, I'm this close to throwing up on you. Was passiert jetzt? Bist du hier oft auf und kamst du mit anderen Busten? Ja, was denkst du dir lieber an? Meistens. Schau, es ist wie any other job. You work with people you like and with people you don't. Um miteinander klar zu kommen, vermeiden sie es also über Politik zu reden. Aha, like any other job. Okay, ich verstehe, was sie meinen. Nur eines kann ich finden. Dann denke ich, dass wir ein Problem haben. Lass mich dir eine Frage stellen. Und ich möchte, dass du ehrlich mit mir bist, okay? Welches Auto ist das? Was ist das von meinem Freund? Dein Freundes Auto. Nur eine Sekunde. Okay. Ich weiß nicht, wie man schnell fährt. Und ich weiß nicht, wie man schnell fährt, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich verstehe. Das Spiel wird ja so geil gemacht. Jetzt kann ich ihn vergrüßt. Scheiße. Kampf. Wow, 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 wow. Alter. Junge, das Spiel geht ja ab, du, wow. Ja, das ist ein Videospiel. Junge. Ah, es liegt. Juhu. Bruder. Alter, ist das echt ein geiles Spiel. Boah, scheiße. Wow, wow. Junge. Echt geil. Echt geil. Ich hab noch genug Leben zu mir. Ey. Oh. Ich seh halt nicht, wo ich irgendwas sehen kann. Mann. Da sind sie. Mach mal mit auf. Ähm. Jo. Gut. Tut mir leid, das war cool. Du solltest gehen und von mir. Lass es anschütteln. Ja. In Ordnung. Geh. Geh. Gut. War ich mal weg, ne? Was hier denn? Ich hoffe, mir passiert nichts weiter. Passiert. Oh, nee. Ich hoffe, das war keine Copyright-Musik. Okay, anscheinend passiert jetzt... Ich... Das ist... Rückgriffe und neue der... Lob. Zum Beispiel Gespräch mit der... Den. Nächsten Ort. Okay. Leute. Aber wie ich das mach, das seht ihr wahrscheinlich in der nächsten Folge. Wenn ich... Guck jetzt mal, dass ich hier irgendwo speichern kann. Ich bin jetzt sogar fast an der Grenze anscheinend. Also hier seht ihr einmal, wie weit ich gefahren bin, 1.041 Kilometer, muss ich noch fahren, bis ich angekommen bin. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Liken, ein Abo und ein Kommentar, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Das Spiel hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, ich werde es wahrscheinlich sogar weiter spielen, also auch wieder ein Let's Play von diesem Spiel machen. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen, das würde mich schon sehr freuen. Einfach ein Kommentar, irgendwas in den Kommentaren schreiben, das würde mich auch sehr freuen und auch ein bisschen das Video pushen, macht es gerne oder macht es bitte, das würde mich halt, wie gesagt, sehr freuen. Habt jetzt noch einen traumhaften Tag, haut rein Leute, euer Asando, ciao, ciao.